Hallo, guten Tag. Ich bin Karolina und ich bin eine Studentin in Adege Gymnasium. Ich wohne in Gia di Sora und ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Spanisch, aber ich lerne Deutsch. Und ich werde über Tenerife und ein Hotel sprechen. Tenerife ist die größte der Kanarischen Insel und gehört zu Spanien. Es ist eine Atlantische Insel und die Hauptstadt ist Santa Cruz de Tenerife. Die Einzelmücher sind Tenerife. Viele Touristen kommen nach Tenerife. Es gibt fünf Sterne Hotels. Ihr vulkanisches Ursprung. Ein gutes Klima das ganze Jahr. Und die höchsten Strande machen sie zu einem guten Reiseziel. Wir Urlauber erfüllen hier ihre Sommerwünsche. Sich erholen, den Stress des Alltags vergessen, Wasser und idyllische Landschaft genießen. Hotel Gran Melia Palacio Isora Das Hotel hat fünf Sterne, hat fünf Taschen und 579 Doppelsimmer. Es hat 91 Tweetsen. Das Hotel liegt am Strand zwischen dem Atlantik und dem Teide. Dieses Resort in Yadisora hat den längsten Salzwasserpuh in Europa in einem Hotel. Das Hotel hat eine 24 Standort Rezeption und hat einen großen Garten mit Sprengbrunnen und roche Sonne. Es hat Parkplätze und eine Boutique. Das Hotel hat 5000 Pool und einen Innenpool im Spa. Der große Pool misst 5000 Quadrameter und hat mehr Wasser. Das Spa ist von Clarins. Das Hotel hat sieben Restaurants und acht Bars. Und das Frühstückbuffet ist offen von 7 bis 11 Uhr. Das Abendbuffet ist offen von 19 bis 22 Uhr. Mit einem großartigen Angebot an Speisen und Getränken für alles. Das Hotel hat auch Animation für Kinder und Kinderbetreuung. Es hat Zugang zum Alkala Strand und hat eine arabische Architektur. Neben dem Hotel befinden sich Golfplätze. Touristen können ihre Hunde mitbringen. Das Hotel hat eine Disco zum Spas. Das Hotel hat Surf- und Dachkurse an. Kostenlos für Kinder. 10 Euro pro Person. Die Suiten Die Suiten mit einem Slavzimmer sind elegant, räumig und hell. Die Zimmer sind 68 Quadrameter groß. Sie haben alle Internetzugang. Es hat ein Wohnzimmer mit Moven. Einen Sofa, einen Bett, einen Tisch, Stöhlen, einen Esszimmer und einen Waschwecken. Es hat auch ein großes Bad mit Whirlpool, Toilette, Dusche, Internetzugang und Fernseher. Die Suiten kosten 141 Euro pro Nacht, hat große Fernseher. Klima lange, Blick auf den Garten, sehr große Betten, ein Schlitzfach und eine Minivar. Freier Zugang zum Filmstudio, 24 Stunden. Auch hat Zimmer Service und Wester Service. Das ist alles und danke für Ihre Aufsamkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.